Der polnische Präsident Duda beabsichtigt heute, das neue Kabinett Morawiki zu vereidigen. Allerdings hat der Politiker der PIS-Partei keine Mehrheit im Parlament. Aus diesem Grund wirft die Opposition Duda vor, den Machtwechsel zu verzögern. Obwohl bei der Parlamentswahl in Polen die Opposition eine Mehrheit gewonnen hat, will Präsident Andrzej Duda heute ein neues Kabinett um den bisherigen Regierungschef Mateusz Morawiki vereidigen. Dessen PIS-Partei war bei der Wahl stärkste Kraft geworden. Vertreter der Opposition werfen Duda vor, er wolle so den Machtwechsel verzögern. Denn die von Morawiki vorgestellte Regierung hat keine Chance auf eine Mehrheit im Parlament. Kabinett muss sich Vertrauensfrage stellen. Die Verfassung schreibt vor, dass der mit der Regierungsbildung beauftragte Politiker innerhalb von 14 Tagen sein Kabinett vorstellen muss. Dann ernennt der Präsident offiziell den Ministerpräsidenten und nimmt den neuen Ministern den Amtseid ab. Innerhalb von weiteren 14 Tagen nach seiner Ernennung wiederum muss der Ministerpräsident im Parlament sein Regierungsprogramm vortragen und sein Kabinett zur Vertrauensabstimmung stellen. Dreierbündnis bei Wahl klar vorn. Bei der Wahl am 15. Oktober hatten drei pro-europäische Parteien unter Führung des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk eine Mehrheit von 248 der 460 Sitze errungen. Mittlerweile gibt es auch einen Koalitionsvertrag. Die PIS-Partei von Morawiki kam auf 194 Sitze und hat keinen Koalitionspartner. Trotz der Mehrheitsverhältnisse hatte Präsident Duda, der früher der PIS-Angehörte, Morawiki mit der Regierungsbildung beauftragt. Morawiki hatte in den vergangenen Wochen für eine Koalition der polnischen Angelegenheiten geworben und versucht, einzelne Gruppierungen aus dem Lager der Opposition auf seine Seite zu ziehen. Alle Parteien erteilten ihm jedoch eine Absage. Voraussichtlich am 11. Dezember wird er nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen und damit scheitern. Erst danach wäre die bisherige Opposition am Zug, ihrerseits eine Regierung zu bilden. Parlamentspräsident Simon Holonia sagte, er rechne damit, dass die neue Regierung von Donald Tusk am 11. oder 12. Dezember beginnen könne.